Hallöchen Leute und Willkommen zu Minecraft Survival Gedöns Hunger Games Ja ok Ja und ich bin nicht alleine hier natürlich nicht Das wäre sehr langweilig Ja auf jeden Fall So also der Trackshot ist hier hallo Araka Bananenkäfer Ja hihihi Dieser Name ist nicht mehr Ich hab ihm ein Account geschenkt bekommen So da hinten komm auch mal hin Ich bin Leute und das ist der Edo Mario Ja und natürlich hier Proxer IP am Start Ja der Assassin's Creed Ja Assassin's Creed Aka Assassin's Creed und so So wir sind hier auf einem offiziellen Minecraft Survival Games Server Ähm joa so Das ist eigentlich ganz cool hier Von der Server wurde glaube ich von Shoutbox oder so gemacht worden und so Keine Ahnung auf jeden Fall Ja jetzt können wir uns erstmal hier sind Wir können uns erstmal aus dem Ohr aus toben Wir kommen gleich in eine In eine Minecraft Survival Map rein Ähm joa So sieht das nun aus Ja ich geh jetzt zu meinem Haus Ich hab mir so ein eigenes Haus hier Höhö gefunden Wo es wird Ja das ist hier an der Seite wo die Bäume mit den Learen sind Bäume mit den Bäumen mit den Bäumen mit den Bäumen mit den Bäumen Ja Und jedes geiles Handy hat richtige geile Sounds Oh jetzt ernsthaft? Ja Hat jeder gehört sogar noch voll laut Alter man fällt das mal an Das ist gar nichts an So das ist mein Haus So vier Sekunden und dann kommen wir in die Lobby Und dann kommen wir in die Hangergäfte auch wie coole Sache Oh jetzt geht's los meine Freunde Ich bin jetzt voller bei Schlagen jetzt mal die es kaputt machen alles zu backen Okay und los laufen 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 alles gut Auf den Typen das war es doch also wie gesehen habe ich glaube haben es gesehen und die sachen aus dem mental rausgezogen wer lebt jetzt alles abwarten ja nur noch getrennt die märz durch die kielst du wirst abwärts die betreffenden warum ist das ziel dazu komisch er wird es mal richtig gehandelt wird er gut wurde alleine gelassen so das spektativen und biskurs muss mit links kriegst du bist du ihn gefunden hast da kannst du mit der kanzel lecker krägte fahrer die kräfte die kräfte wenn man ganz ruhig kämpfen wir haben jetzt alles gefehlt ist tot gar nicht zu machen so erster bis hb machen alle der tschesslich haupt und wir sind wird dann auch wieder in den in der normalen dix hier transfert so ach ja so jetzt müsst ihr auch sofort bei den komischen schildern ja gut an der rechten seite ganz rechts ganz ganz rechts die uhr ja vergiss es eben das vergessen so die uhr so hast die uhr gedrückt er recht ist so recht in der mitte recht in der mitte eu 58 recht in der mitte eu 58 ich bin schon das macht das ganze ziemlich mal durch weil wir so schnell gestorben sind vor allem wurden die idels aus dem scheiß im metal gezogen ich hatte die rüste ich hatte noch schnell ich hatte was wir so genau machen solltest also weiß ich habe sowas noch nie gespielt und jetzt weiß es gleich also hannes bezieht sich drauf du spores erst mal in sonne so sport in der web so wir können das verboten machen wir baut nummer in schatten alles gleich gut hier so also hier geht es halt man läuft herum also man kommt es meistens born hat man kisten geht zu den kisten öffnet sie holt so viele sachen was sie wirklich versucht sich an wechsel auf weil man kann schon am anfang leute schlagen und das waren die meisten leute weil die böse sind weil die am anfang schon sofort aus der kiste schmerzen so dazu man das sind dann versammelt man sich eigentlich als gruppe wenn man das gruppe spielt möchte und danach kann man das macht man das halt so sehr und so also ja das ziel ist ist so viele sachen wie wirklich an der ganzen mehr zu finden und danach heißt er so und danach hat alle zu töten das ist eigentlich voll geil ich bin habe ich schon habe ich schon oft mal gespielt also mir macht spaß also hier mein schildes haus hallo hallo erde ich krieg immer solche panik abzahlen weil mich irgendwelche leute darf die wieso verfolgen auf dem baum auf dem baum leute ich weiß nicht wie das geht wurde von edel also element x erstellt der rote auch wie sind die luigi mario der aber in kamera gut yin rote die rote die gb dr h k 8 als er auf dem Haus getötet wo man kann sich im so gut warten und lustig so zack 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 und rum er tut er dabei brauchte fiesig p-&g du soll es gelegt um ohne mich zu retten schlisch wo es war ach ich habe ich wollte für die 24 24 ganz gleich beginnt auch hier 20 leute auf dem server man sieht hier auch die ganzen namen oben ist lustig und ihm eine als kette das neue freund jetzt kratz kärzsaf kärzsaf ich sehe so ok ja okay gut okay 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 lass uns mal alle gleich richtung gehen ja da größe dem rück guck ein bisschen um mich sehr eine brücke ach da oben ja lass uns alle richtung unter die brücke gehen okay alles klar gut geht es mal zu mittel die sport zu sparen holen die ganzen sachen und dann also holen so viel wie möglich also am besten nicht so lange am sporn aufhalten und stirbt man instant wie man eben gemerkt haben so und hoffentlich verschwinden wieder nicht die sachen aus meinem inventar dass ich hasse das einfach diese leute die immer immer so schneller als einen anderen ziehen noch einmal das ist doch noch im inventar wo lebt habe ich habe alle gebacken der torponetto gut lassen kommt nach rechts hier ja ich sehe dich auch hier kommen ihn gelassen sie haben so wie sie jetzt mal alleine das war ein paar Jahre lang so man sagt ja der Länge hier an der Seite einer man kann hier so gut wie gar nicht kaputt machen aus der Pilze es ist ja einer Gänsehörer eigentlich du musst es auf jeden Fall kennen ich hab das jetzt gefunden Prozent ich hab ein bisschen Essen und ich hab zwei Schuhe oben hier ich bringe die Schuhe weil ja wenn so das hängt dann die hat schon wieder Geräusche gemacht obwohl es immer noch nicht alles ja hier ja ich nicht ich weiß ja gut ich hab hier unten ist irgendwo ein Stein habe ich gesehen ja da ist noch da ist noch ein da ja hier hast du Schuhe und Hosen ja ich hab hier kurz zu den neuen Schäden und gut ich hab hier unten ist irgendwo was mit Stein habe ich gesehen ich hab eine Waffe ich hab eine Waffe weiß so ich hab noch einen goldenen Helm ey hier Leute die Leute ist hier ist hier ist so ein Tempel oben wo du hast hier runter gehen komm mit Kevin runter erklär mir den Weg und er geht zu der LGE nicht runterfallen sondern die Lade runter gleiten so du hast du kurz auf Kevin ich gebe mir kurz ein Helm oder willst du das Helm ja hier hast ein Helm ja hol das Helm ja er hat schon Helm hat von dem Gold herbekommen ja genau so und ja perfekt so jetzt gehen wir den Weg hier entlang da ist das Bett ausgeschlossen da ist nichts das ist ein Crafting Bench alles klar gut hier ist nichts gut ähm lass uns hier rum gehen aber ein bisschen runter jetzt mal ganz ehrlich das ist ja eine große Ruhe äh was ist Kev das ist ja so eine große Map eigentlich ne ja die ist aber ausgegrenzt da so du bist hier nicht unendlich wie er so kann es dir ruhig ziehen sie noch mit Ruhe oh noch eine Hose noch mal Schuhe und eine Axt und zwei Kuppels Axt geht ihr Geld die gilt hierher als Waffe also eine Holzachse ist so stark wie ein Holzschwert Bedenkst braucht jemand noch irgendwie Schuhe ne also ich hab mal nicht Schuhe gut Edel vor allem der Kurs sagt Kevin da soll hierher kommen ja auch der Käftwoher ja genau wir gehen jetzt nicht den Weg runter da unten schon Gegner mit mit ein bisschen items denke ich mal so es ist ein du bist ja dafür du bist ja dafür gedacht kev so es ist ein Assassin's Creed ja ich hab aber keine Waffen oder so hat die die haben uns auch nicht entdeckt die laufen planlos rum mit ihren Holzschwert alter wo bist du jetzt ich bin die seite entlang also ich dachte kommen hinterher ich hab dich verloren ja gut ich bin ich kann nicht mehr hoch komm bitte runter ich bin unten die Gegner sind alle weg ja unten bis zum Sand hier ich hier keine Rede man sollte auch erst mal kurze Korotten ja hab ich auch so aber mir lass uns jetzt mal lass uns das Schiff erkunden ja pass auf das ganze hier ist japan am besten fängt ihr nicht und wird hier noch von irgendwas irgendwie angegriffen die durch die beste Augen wie sieht na ups na ja das spinnen funktioniert bei mir irgendwie nicht ja ich hab das jump run sofort instant geschafft ja hier ist nichts ja es wurde schon aufgeräumt war eine doppel chest die typen die die doppel chest haben wir haben nicht so gut gelotet keine locker also jetzt nicht da hin am besten ne ich lohnt sich nicht ich muss selbst erstmal den weg nach haugen und auch drauf finden lieber ich bin netz bitte nicht ich tötete mich nicht ich bin netz oh 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 ich bin netz da lädt die Kartenberg hoch da sind heiß häuschen alter ich hasse ich bin netz oh hinter ihm hinter ihm ja oh gott hat niemand Schwert der hat niemand Schwert der hat niemand Schwert die hat Swart ja wir sind mehr als nur einer gut und ich bin auch wieder auf ich bin tot ich bin tot ich wurde von hinten getötet du kannst du bist tot ne ja ich bin tot ja ähm dings Kevin kannst du fliegen Kevin ja du bist auch tot ja so noch ein ein Versuch und danach machen wir hier habe ich hier eine Pause so alles gleich hab wieder in den Chat und ähm Kevin benutzt jetzt die Uhr wenn du hab gemacht hast ja das ist mir klar so gut ja eben war es nicht so klar so in der Mitte in der Mitte rechts äh in der Mitte rechts oben links 56 EU 56 in der Mitte rechts H U D ne was ne ja H U B H U P H U P H U P H U P H U P H U P H U P